Liebe Leute, herzlich willkommen in der Dunkelkammer und auch natürlich ein herzliches Willkommen an meinen tiefenentspannten Podcast-Kollegen. Hallo Patrick. Max, sehr schöne Begrüßung. Ja, tiefenentspannt ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber mir geht es natürlich ein bisschen besser hier in Zarauz in Nordspanien. Aber es sind doch ein paar Dinge passiert, die das Stresslevel wieder nach oben geschossen haben. Du weißt es ja schon, aber ich kann es ja kurz der Zuhörerschaft auch erzählen. Ich habe natürlich meinen ganzen elektronischen Kram mitgenommen, das heißt Mikrofon, Laptop, Ladekabel, alles Mögliche. Wir haben dann eine Übernachtung in Frankreich gebucht, auf dem Weg nach Spanien. Es wären sonst, ich glaube, 14 oder 15 Stunden gewesen, das heißt wir haben es aufgezeilt in 7 und 7 Stunden. Und dann habe ich in diesem Apartment leider alle elektronischen Sachen vergessen. Mikrofon, Ladegeräte für Handy, Laptop, USB-Adapter, alles Mögliche. Das heißt, ich konnte nicht arbeiten, weil es war ja eigentlich auch kein richtiger Urlaub geplant, sondern ich wollte einfach vom Meer aus arbeiten. Und dann musste ich mir, weil ich nicht mal ein Ladegerät für einen Laptop hatte und zumindest Kommentare bei YouTube prüfen wollte oder auch Kleinigkeiten wie E-Mails oder sowas erledigen wollte, musste ich mich auf die Suche nach einem Ladegerät machen. Und Zarauz ist eine wirklich sehr kleine Stadt und ich glaube, Spanien an sich ist auch, was Elektronik angeht, irgendwie nicht so weit wie Deutschland. Weil hier gibt es fast keinen Mediamarkt, hier gibt es fast keine elektronischen Läden, wo man Sachen kaufen kann. Dann habe ich wirklich hier überall geguckt, mich auf die Suche nach einem Ladegerät gemacht, bin dann irgendwann in so einem Handy-Store gelandet, hatte dann auch kurz die Hoffnung, eins gefunden zu haben, das sich aber dann wieder als nicht passend herausgestellt hat. Das heißt, ich muss es wieder zurückbringen. Dann habe ich gesucht, dann war hier irgendwie 45 Minuten entfernt, gab es einen Mediamarkt, bin dann dahin gefahren, in der Hoffnung, das Ladegerät endlich gefunden zu haben. Aber auch bei diesem Mediamarkt, das einzige weit und breit innerhalb von einem 100-Kilometer-Radius, hatte kein Ladegerät für meinen MacBook. Ja, und dann bin ich noch nach San Sebastian reingefahren, das ist irgendwie 30 Minuten von hier, ich glaube, San Sebastian werden einige von euch kennen. Und dann habe ich in irgendeinem dubiosen Apple-Reseller-Laden, habe ich dann ein Ladegerät gefunden, was Unsummen gekostet hat, also viel teurer war, als hätte ich es online bestellt. Und ja, dann konnte ich zumindest den Laptop benutzen und jetzt vor zwei Tagen ist alles andere auch eingetrudelt, das Mikrofon, in das ich gerade reinspreche und seitdem kann ich richtig schön entspannt sein. Was du alles auf dich nimmst, um unsere Zuhörerschaft nicht zu enttäuschen, ist ja unfassbar. Alles für euch und natürlich, um deine Stimme zu hören, Max, das kommt dazu. Ich wollte den Podcast nicht verschieben, weil privat schreiben wir gar nicht miteinander. Überhaupt nicht, könntest du überhaupt nicht leiden. Genau, ist ja alles hier rein geschäftlich. Ja, das zu meinem Aufenthalt, aber abgesehen davon ist es natürlich mega schön hier. Also das Apartment, wo ich gerade aufnehme, ist wirklich nur 20 Meter entfernt vom Meer. Jeden Morgen bin ich surfen gegangen und auch ein Café direkt unterhalb des Apartments hier, wo ich dann recherchieren konnte mit Blick aufs Meer. Also es ist wirklich traumhaft schön. Es ist ganz witzig, viele Leute haben mir die ganze Zeit Sonnenschein und alles gewünscht, aber Nordspanien, direkt am Meer, ist das Wetter noch schlechter als in Deutschland eigentlich. Also hier hat es eigentlich fast jeden Tag geregnet. Es sind 8 bis 12 Grad, durch den Wind gefühlt noch ein bisschen kälter. Deswegen, also ich bin nicht wegen des Sonnenscheins hier, sondern wegen der Wellen. Habe mich dann immer in meinen viel zu engen Neo gepresst und bin dann trotz der Kälte ins Wasser und bin da dann meistens morgens direkt wach von geworden. Also ja, kein Sonnenschein, aber schöne Wellen. Und ich habe dann in der Nachbearbeitung die 20 Stunden extra Arbeit, um das Meeresrauschen zu entfernen. Vielen Dank. Nur für dich, Max. Ich will doch, dass du auch das Meer fühlst. Gut, dann hätten wir das geklärt. Genau. Genug vom Urlaub. Ich glaube, wir sollten mal in die Dunkelkammer starten. Sehr richtig. Wir nähern uns ja schon wieder dem Staffelende. Das heute ist die 21. Folge von 24 Folgen insgesamt dieser Staffel. Und wir hatten uns auch gesagt, dass wir gegen Ende dieser Staffel vermehrt versuchen, Wünsche von euch zu berücksichtigen. Und ich finde es äußerst spannend. Ich habe mal alle Vorschläge notiert, die eingegangen sind bei Instagram. Und da erkennt man schon eine ziemlich klare Tendenz. Also ihr, liebe Leute, seid besonders interessiert an ungeklärten, vermissten Fällen im deutschsprachigen Raum. Was ja vielleicht auch etwas nahe liegt. Aber wie gesagt, wir möchten eure Wünsche auch respektieren. Und deswegen wird es genau darum heute gehen, nach dem Fall Konert, wieder ein Vermisstenfall. Und zwar der Fall Tanja Mühlinghaus. Ein junges Mädchen, 15 Jahre alt, als sie im Jahr 1998 plötzlich verschwindet. Das Ganze hat sich ereignet in Wuppertal. Ja, und da möchte ich gar nicht sehr viel mehr weiter vorwegnehmen, sondern würde das Wort an dich übergeben, Patrick. Ja, wie Max gerade schon gesagt hat, wir sprechen heute über den Fall Tanja Mühlinghaus und springen dafür ins Jahr 1998. 1998 ist Tanja Mühlinghaus 15 Jahre alt, ist ein ganz normales Mädchen, hat eine zierliche Figur, lange braune Haare und geht aufs Gymnasium in die 10. Klasse. Sie war sehr gut in der Schule, hat nebenbei auch schon gearbeitet, hat wie viele Mädchen in ihrem Alter gebabysittet und hatte als große Leidenschaft das Tanzen. Sie ging mehrmals in die Woche zur Tanzschule und das, weil sie einen großen Traum hatte. Sie wollte irgendwann mal in einem Musical mitspielen und dafür hat sie alles auf sich genommen, wirklich hart gearbeitet und ja, leider sollte das wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Tanja ist in Wuppertal-Oberbamen aufgewachsen. Das ist ein Stadtteil von Wuppertal und Wuppertal liegt in Nordrhein-Westfalen. Sie ist sehr behütet aufgewachsen als Einzelkind in einem Rheinhaus und sie hatte seit einigen Wochen einen festen Freund, ihren ersten festen Freund. Am 21. Oktober 1998 hätte Tanja eigentlich erst um 10 Uhr Schule gehabt. Die ersten Stunden sind ausgefallen und Tanja hat die Zeit genutzt, um noch ein paar Vokabeln zu lernen, Lateinvokabeln, weil an diesem Tag noch eine Lateinarbeit anstand. Das hat sie auch sehr wahrscheinlich gemacht. Im Konjunktiv spreche ich, weil wir nicht genau wissen, wie die letzten Stunden vor Tanjas Verschwinden abgelaufen sind. Aber die Mama hat gesagt, dass sie sehr wahrscheinlich Lateinvokabeln gelernt hat. Das weiß sie, weil Tanja sie um 8.30 Uhr angerufen hat. Die Mama war im Büro, hat schon gearbeitet und Tanja hat sie von dem Festnetztelefon angerufen und sie gefragt, ob die Mutter sie nach der Schule abholen kann. Die Mutter sagte ja und Tanja hat aufgelegt. Später sagt die Mutter dann noch, dass Tanja fröhlich und vollkommen normal am Telefon geklungen hat. Ab diesem Zeitpunkt weiß man eigentlich gar nichts mehr. Alle nächsten Schritte sind Spekulationen. Man geht davon aus, dass Tanja irgendwann nach dem Gespräch das Haus, das Rheinhaus in Wuppertal verlassen hat und sich auf den Weg zur Bushaltestelle gemacht hat, die nicht weit von dem Haus entfernt lag. Ungefähr 200 Meter Luftlinie. Dabei hatte sie nur ihre Schulsachen, keinen Ausweis, kein Geld und sonst auch nichts. Sie ist dann vermeintlich zur Bushaltestelle gegangen, aber niemals in der Schule angekommen. Die Mutter, wie verabredet, stand gegen 20 vor 2 vor der Schule, wollte Tanja abholen. Als diese dann nicht rausgekommen ist, hat sie sich eigentlich keine Sorgen gemacht, weil Tanja ihr noch von einer freiwilligen Projektarbeit erzählt hatte, die nach dem regulären Unterricht stattgefunden hätte. Und sie hat sich dann gedacht, dass sie vielleicht doch an dieser Projektarbeit mitgemacht hat, obwohl sie zuerst nicht hin wollte und ist dann nach kurzem Warten nach Hause gefahren. Die Mutter ist erst unruhig geworden, als sie gegen 17.30 Uhr einen Anruf von einer Klassenkameradin von Tanja bekommen hat. Und diese hat am Telefon gefragt, ob es Tanja gut gehe oder wie es ihr geht, weil sie ja nicht in der Schule gewesen sei. Tanjas Mutter wusste bis zu diesem Zeitpunkt ja nicht, dass sie nicht in der Schule gewesen ist und hat dann angefangen, sich Sorgen zu machen. Nach kurzem Herumtelefonieren hat sie dann auch die Polizei alarmiert. Die Polizei hat dann aber nicht direkt angefangen zu ermitteln, sondern ist von einem in Anführungszeichen normalen Vermisstenfall ausgegangen. Es kommt oft vor, dass Teenager ausbüchsen und dann eine kurze Zeit später wieder zu Hause auftauchen. Trotzdem wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die Eltern, die den Fall von Tanja direkt ernst genommen haben, haben auch direkt angefangen, Flyer zu gestalten, auszudrucken und diese in ganz Wuppertal aufzuhängen. Und kurze Zeit später wurden auch schon die Medien aktiv und haben über das Verschwinden von Tanja berichtet. Oftmals wird Folgendes über Tanja geschrieben. Und das ist eigentlich alles, was wir zum Verschwinden von Tanja Mühlinghaus wissen. Also bis zu diesem Zeitpunkt. Dann passiert nämlich etwas, womit keiner gerechnet hätte. Und da würde ich gerne an Max weitergeben. Ja, vielen Dank soweit Patrick. Also Tanja ist am 21. Oktober 1998 verschwunden. Zwei Tage danach, am 23. Oktober, ist etwas passiert. Da bekam die Familie Mühlinghaus nämlich einen Brief. Ein Brief, der offenbar von Tanja geschrieben wurde. In diesem Brief stand, ich zitiere jetzt. Liebe Mama, lieber Papa, macht euch keine zu großen Sorgen. Ich bin gesund und werde in zwei bis drei Wochen wieder zu Hause sein. Deshalb braucht ihr nicht zu suchen. Kümmert euch bitte um die Hasen und um das Babysitten. Behaltet die Sachen, die ich bestellt habe. Lasst euch für die Zeit was für die Schule einfallen. Ich brauche ein bisschen Abstand und werde mich nächste Woche noch einmal melden. Eure Tanja Dieser Brief war handgeschrieben und das Schriftbild war ganz offensichtlich das, was zu Tanjas Schrift passte. Und das hat die Eltern natürlich erstmal ungemein erleichtert. Denn für sie bedeutete dieser Brief erstmal, dass Tanja noch am Leben war. Also sie hat ihn ganz offensichtlich selber geschrieben. Ein Umstand, den Patrick noch nicht genannt hatte bezüglich der näheren Lebenssituation, der aber zugleich eine Rolle spielt, um diesen Brief besser verstehen zu können, der besteht darin, dass Tanja ein doch ziemlich angespanntes Verhältnis zu ihren Eltern hatte. Es gab da Streit, weil sie sich in ihren Freiheiten eingeschränkt fühlte. Offenbar wurde ihr verboten, zu lange wegzubleiben, einen Jugendclub zu besuchen. Und deswegen soll es insbesondere mit dem Vater immer wieder zu massiven Spannungen gekommen sein. Und wenn man sich diesen Brief so anhört, sucht nicht nach mir, ich komme in zwei bis drei Wochen wieder nach Hause, dann klingt das ja erstmal so, als wenn sie vielleicht aufgrund dieses Stresses, der zu Hause herrschte, ausgebüxt wäre, um ja wieder einen klaren Kopf zu bekommen, um etwas Abstand zu gewinnen. Dieser Brief ging, wie gesagt, am 23. Oktober 1998 bei der Familie ein. Dem Poststempel auf der Marke war zu entnehmen, dass der Brief einen Tag zuvor eingeworfen wurde, also am 22. Oktober, und zwar in Düsseldorf. Darauf werden wir später auch noch näher eingehen. Und Düsseldorf, wenn man sich das auf der Karte anschaut, liegt zu etwa 30 Kilometer westlich von Wuppertal. Zur Form dieses Briefs noch, also ich hatte ja gesagt, er ist handschriftlich verfasst worden, und zwar auf einem abgerissenen Stück Papier. Es wirkt so, als wenn ein Stück DIN A4 Papier genommen wurde, in zwei Hälften gerissen wurde und auf eine Hälfte dieser von mir vorgelesene Text verfasst wurde. Die Eltern wurden also zumindest etwas beruhigt durch dieses Schreiben. Drei Tage nach diesem Brief ging ein weiterer bei den Eltern ein. Offenbar wieder von Tanja. Bei diesem Brief war oben rechts ein Datum niedergeschrieben, und zwar der 24. Oktober. Zwei Tage später, am 26. hat die Familie diesen Brief erhalten. Ob der Brief tatsächlich am 24. verfasst wurde, wie es dieses Datum oben rechts im Briefkopf nahelegt, das wird später hier noch ein Thema sein. Auch hier lese ich den Inhalt wieder vor. Zitat Der Brief war ja datiert auf den 24. Oktober. Das war ein Samstag. Und es wurde in ihm angekündigt, dass Tanja am darauffolgenden Wochenende zurückkehren würde. Das tat sie aber nicht. Und auch in der Zeit danach ist sie nicht mehr nach Hause gekommen. Diese beiden Briefe hatten anfänglich bei den Ermittlern noch dafür gesorgt, dass man sich eher in der Theorie eines möglichen freiwilligen Verschwindens bestätigt sah. Also der ehemalige Leitendermittler, Alexander Kresta, der hat zu einem Bildreporter im Jahr 2021 gesagt, dass die Briefe, Zitat, das Ermittlungsniveau gesenkt hätten. Also man hat offenbar zu diesem Zeitpunkt nicht weiter ein mögliches Verbrechen untersucht. Aber Tanja ist ja nicht mehr aufgetaucht, wie ich gerade gesagt habe. Und das hat natürlich ein Verbrechen wieder mehr in den Fokus gerückt. Hat ein solches wahrscheinlicher gemacht. Das war der Grund, weswegen diese beiden Briefe kriminaltechnisch untersucht wurden. Den Inhalt hatte ich hervorgelesen. Ein grafologisches Gutachten wurde erstellt. Und aus diesem ging hervor, dass beide Briefe höchstwahrscheinlich von Tanja geschrieben wurden. Die Frage, die man sich hier natürlich an der Stelle fragen muss, die wahrscheinlich auch viele Zuhörer gerade sich fragen, ist natürlich, ob das freiwillig geschah, ob Tanja diese Texte wirklich freiwillig verfasst hat. Die Eltern hatten nämlich gesagt, dass der Stil eigentlich nicht dem von Tanja entsprach. Beide Briefe wären eigentlich zu kurz und auch der Satzbau eher einfach gehalten. Tanja hätte eigentlich dazu geneigt, sehr ausschweifend zu formulieren. Also verschachtelte Sätze zu schreiben und vor allem sehr lange Texte zu formulieren. Und beides entsprach eigentlich nicht den Texten, die man hier per Brief erhalten hatte. Es gibt auch ein sehr bekanntes deutschsprachiges Forum, auf das werden wir vermutlich auch später noch näher eingehen. Und dort hat sich im Jahr 2017 eine Verwandte von Tanja gemeldet. Und die hat auch klargestellt, dass die Eltern von Tanja damals eigentlich ziemlich früh schon doch sehr sicher waren, dass dieser Schreibstil nicht dem von Tanja entsprach. So wurde das festgehalten. Wenn Tanja etwas diktiert bekam, möglicherweise ja von Entführern, dann wären an den Briefen und vermutlich auch an den Umschlägen ja vielleicht DNA-Spuren festzustellen. Die Schreiben wurden also darauf analysiert und es wurde festgestellt, auf den Briefen und auch auf den Umschlägen fand man Tanjas DNA. Deswegen war davon auszugehen, dass sie beide Umschläge auch selber zugeklebt hätte. Aber auf der Briefmarke fand man auch fremde DNA. Ich konnte bei meiner Recherche leider nicht feststellen, wo genau. Ich würde im Zweifel davon ausgehen, dass diese DNA auf der Rückseite festgestellt wurde. Also vermutlich, weil eine fremde Person die Marke angeleckt hat und dann aufgeklebt hat. Weil eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass dieser Brief, wenn er erstmal in Verkehr gerät, auch von vielen Menschen, von Briefzustellern angefasst wird und dass sich dann sowieso fremde DNA auf der Oberseite befinden würde. Also was können wir hier erstmal als Zwischenfazit festhalten? Beide Briefe wurden offenbar von Tanja geschrieben und höchstwahrscheinlich auch im Umschlag zugeklebt. Beide Briefe wurden von irgendjemandem in Düsseldorf eingeworfen, also 30 Kilometer von Tanjas Wohnort entfernt. Dass Tanja die Texte niedergeschrieben hat, das bedeutet nicht automatisch, dass sie diese auch selbst erdacht hat, also den Inhalt. Und es bedeutet auch nicht automatisch, dass sie diese Briefe freiwillig schrieb. Es wird ja darum gebeten, nicht nach ihr zu suchen in diesen Schreiben. Und es wird auch angekündigt, dass sie wieder zurück nach Hause käme. Und wenn man jetzt versucht, mal eins und eins zusammenzuzählen, dann könnte das natürlich auch eine Taktik gewesen sein. Und zwar eine Taktik von möglichen Entführern, weil die sich zum Beispiel mehr Zeit verschaffen wollten. Und was man natürlich auch ganz klar sagen muss, ich hatte dargelegt, dass auf dem zweiten Brief ein Datum stand, der 24. Oktober, drei Tage nach dem Verschwinden. Im Endeffekt wissen wir aber nicht, ob diese Briefe tatsächlich zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben wurden. Oder ob sie vielleicht am selben Tag geschrieben wurden, weil ein Entführer oder Entführer vielleicht schon geplant hatten, diese zu verschiedenen Zeiten einzuwerfen. Ja, Patrick, wie wirkt das alles so auf dich? Was hältst du da für möglich? Hat Tanja diese Briefe selber verfasst? Wurde sie vielleicht unter Druck gesetzt? Also ich glaube schon, dass sie unter Druck gesetzt wurde. Gerade die Formulierung, die du ja gerade auch schon genannt hast, also Zitat, deshalb braucht ihr mich nicht zu suchen. Die kommt ja in beiden Briefen vor. Und das klingt schon danach, als würden die Täter, Entführer, versuchen, Zeit zu schinden. Als wollten sie nicht, dass Ermittlungen gestartet werden, was ja auch einigermaßen gut funktioniert hat, weil der Alexander Kressler ja auch 2021 gesagt hat, dass die Ermittlungen damit erstmal ein bisschen ruhiger wurden. Aber was ich mich frage, ist, wie es dann sein kann, dass so persönliche Sachen niedergeschrieben werden, wie das mit den Hasen und auch den Babysitten. Also es sind ja persönliche Informationen, die eigentlich nur Tanja wissen kann, außer der Entführer oder die Entführer kannten Tanja vorher schon. Also haben sie Tanja dann so bedroht, dass sie gesagt haben, schreib auf jeden Fall irgendetwas Persönliches mit dazu, damit deine Eltern wirklich denken, dass du die Briefe geschrieben hast und haben dann noch dazu diktiert, dass auf keinen Fall nach ihr gesucht werden soll? Also wenn, dann muss es ja so funktioniert haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, oder? Also, oder woher kommen die persönlichen Informationen? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Was glaubst du? Dass Tanja den Brief selber verfasst hat, also selber den Stift geführt hat, um den Text zu verfassen, das scheint ja zumindest bewiesen. Anhand der DNA-Analyse, anhand der graphologischen Gutachten, das ist klar. Wenn die Eltern jetzt aber sagen, dass der Stil eigentlich nicht dem Tanjas entspräche, dann ist das natürlich schon ein Punkt, der einen irgendwie ins Gerübeln bringt, und ob sie diesen Text wirklich freiwillig verfasst hat. Also das spricht für mich ganz klar dagegen. Ich muss natürlich an der Stelle aber auch sagen, ich kann die Ermittler absolut verstehen, dass die gesagt haben, okay, hier hat offenbar Tanja selber diese Briefe verfasst und es gibt ein Motiv, in Anführungszeichen, weswegen Tanja hätte ausbüchsen können. Nee, also da bin ich auch auf jeden Fall bei dir. Also dass die diktiert wurden, nur ich frage mich, wie das dann sein kann, dass so persönliche Informationen preisgegeben wurden. Also entweder haben sie die Informationen aus Tanja herausbekommen oder sie kannten Tanja vorher halt schon. Also wussten, dass sie babysittet und wussten, dass sie Hasen zu Hause hat. Was wiederum bedeuten würde, dass die Entführer Tanja beobachtet haben oder aus dem näheren Umfeld von Tanja kommen. Oder Tanja irgendwie erpresst haben, dass sie persönliche Informationen preisgibt. Vielleicht hat sich Tanja auch wohlgefühlt, weil sie die Person kannte und hat die Informationen preisgegeben und wusste nicht, dass aus diesen Informationen solch ein Brief entstehen wird, der dafür sorgt, dass nicht nach ihr gesucht wird. Das meinte ich nur. Was du glaubst, was davon sein könnte. Ich kann dir das an der Stelle wirklich noch nicht sagen. Also ich meine, es ist klar, es stehen Informationen drin in diesen Schreiben, die ein Fremder nicht wissen kann. Das ist ganz klar. Also Tanja muss definitiv anwesend gewesen sein und muss diese Informationen selber niedergeschrieben oder vorher mitgeteilt haben, wenn ihr anschließend ein Text diktiert wurde. Aber wie gesagt, mehr kann man an dieser Stelle eigentlich nicht dazu spekulieren. Ich wollte nur noch ganz klarstellen, weil natürlich an der Stelle auch vielen Menschen vermutlich wieder das Messer in der Tasche aufgehen wird, warum die Ermittler sagen, okay, da sind zwei Briefe und dann hören wir erst mal direkt auf zu ermitteln und gehen davon aus, dass Tanja freiwillig verschwunden ist. Und hier muss man natürlich den Ermittlern auch etwas zugute halten. Darauf wollte ich gerade noch näher eingehen, dass die Differenzen zwischen Tanja und ihren Eltern oder insbesondere ihrem Vater offenbar doch erheblicher waren. Also was wir bisher nicht gesagt haben, ist, dass Tanja im Vorfeld zu ihrem Verschwinden das Jugendamt kontaktiert hatte und dass sie probiert hatte, einen Platz in einer betreuten Wohngruppe zu bekommen. Das Jugendamt hatte das aber abgelehnt. Offenbar hat man hier keine starke Kindesferdung erkannt. Und mit diesem Hintergrundwissen ist es vielleicht auch etwas besser möglich, sage ich mal, das Verhalten der Ermittler hier nachvollziehen zu können. Was aber definitiv dagegen spricht aus meiner Sicht, dass Tanja diese Briefe freiwillig verfasst hat, ist auch der Umstand, dass sie ja damals einen Freund hatte. Sie war ganz frisch in einer Beziehung, frisch verliebt und war eigentlich zwei Tage nach ihrem Verschwinden mit dem Freund verabredet gewesen. Also ob sie dann tatsächlich genau zu diesem Zeitpunkt verschwunden wäre, freiwillig, ist zumindest fraglich. Aber wir wollen auch noch nicht so viel vorweggreifen. Das geht ja schon in den Bereich Theorien gerade. Und darüber wollen wir etwas später spekulieren, wenn wir noch mehr Umstände und Details zu diesem Verschwinden genannt haben. Da gebe ich dir recht, Max. Ja, also eigentlich kann man an dieser Stelle erstmal festhalten, dass die Ermittlungen zu nichts geführt haben. Tanja ist verschwunden geblieben, man hatte keine neue heiße Spur über Jahre hinweg und dann ist etwas passiert. Dann hat sich plötzlich eine Person gemeldet. Ne, Patrick? Genau. Die Person, die Max gerade anteasert, das ist ein junger Mann namens Patrick O. Patrick O. Patrick O. hat sich zum ersten Mal per Brief bei Tanjas Mutter und auch in dem besagten Crimeforum, das Max gerade schon angesprochen hat, 2013 gemeldet und gesagt, dass er mit Tanja von 1999 bis 2001 zusammen gewesen ist. Wer die Zeit nicht mehr ganz im Kopf hat, Tanja ist 1998 verschwunden. im Oktober 1998. Das heißt, Patrick O. sagt, er hat Tanja nach dem Verschwinden nochmal gesehen und war sogar mit ihr zusammen. Und dieses Zusammensein mit Tanja hat er der Mama von Tanja in einem 74-seitigen Brief beschrieben und hat die ganze Geschichte zu Tanja und ihm erzählt. Den vollständigen Brief gibt es nicht online einsehbar und der wurde, glaube ich, auch niemals abgedruckt. Aber Patrick O. hat in dem Crimeforum selbst eine Zusammenfassung geschrieben, die ich einfach mal vorlesen werde. Also, Zitat, Ich habe von 1998 bis 2001 in einer deutschlandweit operierenden Drückerkolonne gearbeitet. Drückerkolonne gleich Zeitschriftenwerber von Tür zu Tür. 1999 wurde ich Kolonnenführer und zu diesem Zeitpunkt kam auch Tanja zu uns in die Kolonne. Am Anfang war sie sehr verschlossen, was sich aber aufgrund meines Verhaltens schnell änderte und sie fasste Vertrauen. Wir verstanden uns mit der Zeit immer besser und kamen schließlich zusammen. Das wussten damals auch die Chefs. Da das Drückergeschäft nicht nur mit Zeitungen zu tun hat, musste ich dann für sechs Monate in Hamburg arbeiten, wo Tanja mich alle acht Wochen besuchen kam. Nach den sechs Monaten berichtete Tanja mir, dass sie auch in Anführungszeichen andere Arbeiten verrichten musste und das brachte uns dann zu der Entscheidung abzuhauen. Zudem gestand sie mir auch, dass sie schwanger sei. Unser Kind durfte und sollte nicht in diesem Milieu aufwachsen. Also fassten wir einen Fluchtplan, da es für uns beide nicht mehr möglich war, einfach zu gehen. Am 10.12.2001 wollten wir das Ganze in die Tat umsetzen und dann erstmal zu ihr nach Wuppertal gehen. Sie war sich sicher, dass ihre Eltern damit kein Problem haben, wenn sie hören, was geschehen war. Der Plan war aber den Chefs bekannt und so kam es dann, dass wir zusammen in einen Keller gesperrt wurden und dann eine Woche später dort wieder abgeholt wurden. Ja, wir haben auch täglich Essen gebracht bekommen. Dann wurde Tanja vor meinen Augen niedergeschossen. Also das hat er 2013 in dem Crimeforum geschrieben und gleiches hat er auch an Tanjas Mutter in dem 74-seitigen Brief geschrieben, nur noch ausführlicher. Und hier hat man natürlich erstmal sehr viele Informationen. Also seinen Aussagen nach hat Tanja 1999 noch gelebt. Er hat sie kennengelernt. Die beiden sind zusammengekommen, haben zusammen im Drückergeschäft gearbeitet. Also das Drückergeschäft ist eigentlich nur, dass Leute von Tür zu Tür gehen und mit dubiosen Methoden versuchen, irgendetwas zu verkaufen. Er deutet hier drin auch an, dass anderes verkauft wurde. Darunter kann man sich ja eigentlich nur Drogen vorstellen. Und dass das ein sehr anstrengendes und kriminelles Milieu war. Und dann beendet er das Ganze mit dem Satz Dann wurde Tanja vor meinen Augen niedergeschossen. Also Tanja wurde vor seinen Augen getötet? Das weiß man nicht genau. Also die Formulierung niedergeschossen impliziert das ja nicht unbedingt. Die Mutter von Tanja hatte nach dem Brief, den sie bekommen hat, natürlich erstmal wieder Riesenhoffnung. Es war ähnlich wie nach dem ersten Brief von Tanja. Ihr wurde gesagt, dass Tanja zumindest nach 98 noch gelebt hat. Und Patrick O. hat auch mit ihr gesprochen und hat ihr das wirklich von Gesicht zu Gesicht gesagt, dass er Tanja gekannt hat. Und die Mutter und auch die Cousine, die Max eben schon erwähnt hatte, die sich auch in dem Crimeforum gemeldet hat, sagt, dass Patrick O. Information in diesem 74-seitigen Brief, der an die Mutter ging, geschrieben hat, die er eigentlich nicht wissen könnte, wenn er Tanja nicht wirklich gekannt hat. Und vielleicht war das auch der Grund, warum die Polizei das Ganze etwas ernster genommen hat, die Information, die Patrick O. genannt hat, für wahre Münze genommen hat. und Patrick O. hat die Ermittler dann tatsächlich auch zu einem Waldstück bei Königs Winter geführt, wo der Chef dieser Drückerkolonne Tanja erschossen haben soll. Dieses Waldstück wurde dann gründlich untersucht, aber es gab dort keine Spuren. Später sagt ein Polizist noch, dass sie eigentlich von Anfang an davon ausgegangen sind, dass Patrick nicht die Wahrheit sagt, aber weil sie eben absolut keine Hinweise hatten und haben, sind sie seinen Aussagen nachgegangen und haben diesen vermeintlichen Tatort, wo das Verbrechen an Tanja Mühlinghaus passiert sein soll, untersucht. Aber leider wurde nichts gefunden. Die neu geschöpfte Hoffnung, die Tanjas Mutter hatte, wurde zumindest zu Teilen zerstört. Sie war trotzdem noch der Überzeugung, dass Patrick O. die Wahrheit sagt, weil er eben Informationen genannt hat, die er nicht wissen könnte, wenn er Tanja nicht gekannt hat. Nach diesem Tipp an die Polizei und dem Brief taucht Patrick O. erst mal wieder ab und meldet sich erst 2017 wieder, also vier Jahre später. Jetzt sagt er, dass Tanja den Schuss überlebt hat, er mit ihr zusammen ist und eine Tochter hat. Hier muss man aber erwähnen, dass Patrick O. zu diesem Zeitpunkt, als er die Informationen preisgibt, also die neuen, dass Tanja überlebt hat, in Haft sitzt, wegen Betrugs und schwerer Körperverletzung. und es gibt eine Dokumentation, wo auch gezeigt wird, wie Tanjas Mutter Patrick O. in der Justizvollzugsanstalt trifft und mit ihm über Tanja redet. Und da sagt er auch vor laufender Kamera, dass er mit Tanja zusammen ist und wenn er aus dem Gefängnis rauskommt, wahrscheinlich mit ihr zusammen wohnen wird und zusammen mit ihr ihre gemeinsame Tochter aufziehen wird. Es vergeht wieder ein bisschen Zeit und er wird entlassen. Tanjas Mutter und er haben weiterhin Kontakt. Per SMS und per Telefon sagt er der Mutter, dass er jetzt in der Nähe von Tanja und ihrer gemeinsamen Tochter Alissa wohnt. Also mittlerweile ist auch der Name der Tochter bekannt. Aber anstatt wirkliche Beweise zu liefern, schreibt er immer nur im Namen von Tanja und gibt Informationen preis, die nicht zu überprüfen sind. Irgendwann macht er der Mutter dann aber ein Angebot und sagt, er will mit Tanja nach Wuppertal kommen. Er schickt sogar Bilder von der vermeintlichen Enkelin von Tanjas Mutter. Und in der Dokumentation sieht man dann auch, wie Tanjas Mutter diese Textnachrichten in die Kamera hält und auch wirklich die persönlichsten Dinge vorliest, wie zum Beispiel Geburtstagsgrüße an Tanja über Patrick, also die er Tanja überbringen soll. Und das ist wirklich so extrem herzzerreißend, weil das hat ja alles schon sehr faden beigeschmackt, dass wenn Patrick ohnhaft sitzt, wegen Betrugs und schwerer Körperverletzung, er scheint nicht der glaubwürdigste zu sein, aber was Tanjas Mutter natürlich in dem Moment nicht einsehen will und sie sagt, wie schon mehrmals erwähnt jetzt, dass er auch Informationen hat, die ihr bestätigen, dass er wirklich Kontakt zu Tanja hat. Und an diesem Strohhalm hält sie sich fest, aus diesem Strohhalm schöpft sie auch immer wieder Hoffnung, dass ihre Tochter doch noch lebt und ist sehr geduldig, lässt Patrick Oh eigentlich fast alles durchgehen, was er sagt. Und ja, Patrick wollte ja dann ein Treffen organisieren, er wollte mit Tanja und der Enkelin von Tanjas Mutter rumkommen, aber am Tag, als sie sich treffen wollen, schreibt er dann plötzlich, Zitat, das, was ich jetzt schreibe, sagst du deiner Tante bitte noch nicht. Hab gestern mit Tanja die halbe Nacht geschrieben. Sie hat Angst vor morgen und weiß nicht, ob sie das hinbekommt. Ich bin heute Nachmittag bei ihr und Janni. Vielleicht könnt ihr beiden dann mal telefonieren, wenn das für sie okay ist. Und dann, kurze Zeit später, schreibt Patrick O. aus der Sicht von Tanja, Zitat, ich weiß, dass das jetzt ziemlich mies kommt, aber ich werde morgen nicht nach Wuppertal kommen. Ich kann das einfach nicht. Es tut mir leid, aber sobald ich persönlich vor euch stehe, ist das Leben, was ich jetzt hatte vorbei und ich wäre wieder Tanja. Es ist meine Entscheidung und ich muss auch an mein Kind denken. Telefonisch suche ich die Tage den Kontakt, aber alles weitere braucht seine Zeit. Bis bald, Mellie. Bis bald, Mellie, schreibt sie, weil sie das Leben der Tanja, die sie einst war, zurückgelassen hat und jetzt den Namen Melanie angenommen hat. Das passt natürlich in die Geschichte, weil ansonsten müsste sie ja irgendwo gemeldet sein an irgendeinem Ort mit dem Namen Tanja-Mühling-Haus und tatsächlich ist diese Nachricht auch der letzte Kontakt zu der Mutter. Danach verschwindet Patrick O. wieder aus dem Leben von Tanjas Mutter. Er meldet sich gar nicht mehr bei ihr und hat mit der letzten Nachricht natürlich nochmal Hoffnung in ihr erweckt, weil sie dachte, dass ihre Tochter, die mittlerweile seit über 20 Jahren verschwunden ist, sich vielleicht doch noch melden wird. Aber das tut weder sie noch Patrick O. Und ja, Max, das ist die Person Patrick O., die 2013 das erste Mal in Erscheinung tritt und sagt, dass Tanja noch gelebt hat und später sagt er auch noch, dass Tanja immer noch lebt und er sogar eine gemeinsame Tochter mit ihr hat. Was hältst du von dem Ganzen? Was hältst du von Patrick O.? Glaubst du, er sagt die Wahrheit, auch wenn einiges dagegen spricht? Oder hat er aus welchem Grund auch immer die Gefühle einer verletzlichen Mutter, die ihre Tochter einfach wiederhaben möchte, die sie einfach noch mal im Arm halten möchte, ausgenutzt? Ich vermute leider eher Letzteres. Man muss aber auch ganz klar festhalten, wir betrachten natürlich diese Person Patrick O. jetzt vom zeitlichen Standpunkt 2022. Also als wir recherchiert haben, da war eigentlich der Tenor ganz klar, dieser Mann hat die Ängste und Hoffnungen von Tanjas Mutter schamlos ausgenutzt, um sich zu profilieren oder welchen Gründen auch immer, aber er hat nicht die Wahrheit gesagt. So ließ sich das im Jahr 2022. Wir hatten ja mehrmals gesagt, dass die Verwandte von Tanja, im Speziellen die Cousine, es war die Cousine, dass die sich in diesem Crime und Mystery Forum engagiert hatte. Die hat dort seit dem Jahr 2015 mitgeschrieben. Man muss auch festhalten, das ist definitiv die Cousine, denn wenn man dieses Forum kennt, dann weiß man, dass die Betreiber da ziemlich großen Wert darauf legen, das zu verifizieren, dass sich niemand als Angehöriger oder Betroffene ausgibt eines Kriminalfalls und irgendwelche Falschbehauptungen aufstellt. Also offenbar ist das wirklich die Cousine, die dort schreibt. Und wenn man dann rückblickend liest, was sie ja vor dem Ausstrahlen dieser Dokumentation geschrieben hat, wie sie diese Person Patrick O. eingeschätzt hat, dann liest sich das schon etwas anders. Dann klingt das nicht mehr so, als wenn das hier nur ein Spinner wäre, der irgendwie sich alles ausgedacht hat. Also ich habe hier mal einen Post rausgeschrieben im Jahr 2016 hat die Cousine gesagt, Zitat, vieles, was er gesagt und geschrieben hat, ist sicherlich erfunden. Fakt jedoch ist, dass er Tanja kennengelernt haben muss, da er sowohl über ihr als auch über mein Leben vor ihrem Verschwinden Dinge gewusst hat, die weder in den Medien in Aktenzeichen XY oder sonst wo genannt wurden. Zitat Ende. Und das ist natürlich schon seltsam. Es wird nicht darauf eingegangen, was genau diese Informationen gewesen sein sollen, die er nicht hätte wissen können, aber wenn das jemand aus dem engsten Kreis Tanjas sagt, dann ist das natürlich schon ein bisschen was anderes. Das stimmt schon, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass auch die Cousine emotional involviert ist und eventuell wie die Mutter von Tanja jeden Funken Hoffnung, der aus irgendeiner Information entspringt auffangen möchte und daraus neue Hoffnung schöpfen möchte. Aber du hast schon recht, natürlich kann man das als Außenstehender oder zumindest sollte man das nicht so hart bewerten und so tun, als hätte man die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern muss natürlich auch der Cousine und auch der Mutter Glaubwürdigkeit gegenüber bringen und darauf vertrauen, dass immer noch eine gewisse Intersubjektivität besteht und sie die Informationen, die Patrick O. genannt hat, wirklich reflektiert auswerten und dann auch sagen können, dass Informationen drin waren, die vorher online in Printmedien nicht verfügbar waren und somit eventuell doch die Wahrheit sagt. Ja, also ich denke, dass er leider nicht die Wahrheit gesagt hat, dass er hier ein böses Spiel getrieben hat, aber man muss wie gesagt natürlich auch die Meinung der Cousine respektieren. Ja, sehe ich genauso wie du. Die Cousine hat mehrere Dutzend Posts zu dem Verschwinden von Tanja geschrieben und sie hat im August 2016 eine Aussage gemacht, die ich persönlich wirklich super brisant fand bei der Recherche. Sie ist nämlich offenbar davon ausgegangen, dass Tanja noch lebt, dass Tanja freiwillig verschwunden ist und dass sie die Posts mitverfolgt, dass sie liest, was in diesem Forum geschrieben wird. Die Cousine hat da geschrieben und ich zitiere wieder, Liebe Tanja, da ich weiß, dass du hier in diesem Forum mitliest, ob als angemeldeter User oder unangemeldet, weiß ich nicht, wende ich mich nun auf diesem Wege direkt an dich persönlich. Wir brauchen dringend deine Hilfe, um weitermachen zu können. An euch zweifeln wir nicht, euch großgeschrieben. Drei Ausrufezeichen. An euch zweifeln wir nicht, wir drücken dich, deine Mar und M-Punkt. Zitat Ende. Und also ich meine, wenn man das liest mit dem ganzen Wissen, dass dieser Fall bis heute nicht aufgeklärt ist, dann klingt das wie ein absoluter Hammer, oder? Auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite ist nur weil es die Cousine ist, heißt es ja nicht, dass sie unbedingt Informationen hat oder beziehungsweise Falschinformationen rausgibt. Beziehungsweise Falschinformationen ist das der falsche Ausdruck. Informationen, wo sie denkt, dass sie der Wahrheit entsprechen, aber vielleicht gar nicht wahr sind, sondern einfach ein Konstrukt der Hoffnung sind. Absolut. Ich meine, ganz klar natürlich, küchenpsychologisch gesehen ist ja offensichtlich, was wir alle denken, dass der Wunschvater des Gedankens war hier und dass die Familie sich natürlich an die Hoffnung geklammert hat, dass da jemand ist, der vielleicht ihre Tochter, also Tanja, zurückbringt. Das ist klar. Es gibt aber leider keine Beweise, die Aussagen von Patrick O. konnten nicht belegt werden und deswegen müssen wir wie gesagt festhalten, dass im Zweifel wir leider davon ausgehen müssen, dass dieser Mann nicht die Wahrheit gesagt hat. Und das ist ja auch das, was offenbar die Mehrheit denkt, denn wenn man sich die Mühe macht und ein bisschen recherchiert, dann findet man auch noch diverse Social-Media-Profile dieses Mannes und ja, da findet man auch teilweise nicht so nette Worte ihm gegenüber, also auch Gewaltandrohung und so weiter, also der hat seinen Ruf weg. Wenn er wirklich gelogen hat, dann hat er sich auf jeden Fall keinen Gefallen getan. Aber ich finde ganz wichtig, was man abschließend auch zu diesem Umstand, dass die Cousine da geschrieben hat in diesem Forum mal festhalten muss. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Patrick, aber mir ging es so bei der Recherche, als ich das gelesen hatte, ja, das ist so etwas, was einen wirklich wieder erdet, dass man hier nicht beim Krimi-Dinner ist in Anführungszeichen. Also man liest, wie Menschen über ein fremdes Schicksal spekulieren. Teilweise Wüste, Theorien, ich will nicht sagen an den Haaren herbeiziehen, aber da wird wirklich schon wild spekuliert. Und dann meldet sich jemand, der die betroffene Person kannte, persönlich kannte und versucht das so ein bisschen klarzustellen alles. Dann wird einem irgendwie auch klargemacht, dass man hier wirklich über ein echtes Schicksal spricht und dass man vielleicht auch die nötige Demut dabei zeigen sollte und sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollte. Ja, voll. Da bin ich voll bei dir. Also ist mir bloß aufgefallen bei diesem Fall, weil das eigentlich regelmäßig vorkommt, also dieses Gefühl in mir, wenn man dann doch irgendwie mal persönlichen Kontakt hat zu Verwandten von Opfern eines Verbrechens oder von vermissten Personen, wie ja zum Beispiel auch du bei Last Mittag, dass man da irgendwie auch mal die Perspektive kriegt von wirklich den Betroffenen und sich das dann teilweise schon ein bisschen anders darstellt und man wirklich ganz schnell merkt, das ist eben nicht nur irgendwie ein Hobby, dass man abends ein bisschen mal vielleicht mit den Salzstangen auf dem Schoß ein bisschen rumspekuliert und das ganz spannend findet, da zu diskutieren, sondern dass man hier wirklich über echte Schicksale spricht. Und ich hatte jetzt gesagt, Last Mittag, dass du da Kontakt hattest zu den Angehörigen und es gibt ja noch einen weiteren Fall, wo du auch Kontakt hattest und dieser Fall passt hier besonders gut rein, denn ich denke, dass es nicht nur mir so ging, bei der Recherche zum Fall Tanja Mühlinghaus, da habe ich mich an manchen Stellen unweigerlich an einen anderen Fall erinnert gefühlt und da wird es wohl vielen Menschen so gehen. Ich spreche von der Stelle, als diese beiden Briefe bei der Familie Mühlinghaus eingegangen sind, also, dass Tanja womöglich Opfer eines Verbrechens wurde, eine Entführung und dass der oder die Entführer ihr erlaubt haben oder sie angewiesen haben, nochmal Kontakt zu Verwandten herzustellen. Und das kennen wir ja auch von einem anderen Fall, ne Patrick? Frauke Liebs, ja, tatsächlich. Stimmt, ich habe die Überleitung, die du machen wolltest, leider nicht kommen sehen, aber stimmt, zu Ingrid Liebs hatte ich auch Kontakt und werde tatsächlich in zwei Wochen auch nochmal ein Interview mit ihr führen und du hast recht, die Parallelen sind auf jeden Fall da, denn genau wie bei Tanja Mühlinghaus wurden auch der Familie von Frauke Liebs Versprechungen gemacht, von ihr selbst, dass sie nach Hause kommen wird. Nur, dass hier keine Briefe geschrieben wurden, sondern Telefonate geführt und SMS geschrieben wurden. Also ein kleiner Unterschied, aber trotzdem wurden immer wieder Versprechungen gemacht, damit die Familie und die Ermittler nicht nach Frauke Liebs suchen, wurde versprochen, dass sie freiwillig verschwunden ist und bald wiederkommen wird. Genau, also Frauke Liebs, diesen Fall haben wir auch hier in der Dunkelkammer behandelt, und zwar am 22. Mai 2020. Auch schon wieder fast zwei Jahre her. Boah, krass. Also um sich das vielleicht noch deutlicher zu machen, diese Parallelen vor Augen zu führen, vielleicht nochmal ganz kurz zum Fall Frauke Liebs, die verschwand ja am 20. Juni 2006, damals war Fußball-WM in Deutschland. Sie hatte in Paderborn mit ein paar Freunden ein Spiel in einem Irish Pub angesehen, ist dann gegen etwa 23 Uhr nach Hause gegangen, aber dort niemals angekommen. In den folgenden sieben Tagen nach diesem Verschwinden hat Frauke Liebs insgesamt fünfmal bei ihrem Mitbewohner, der zugleich auch ihr Exfreund war, angerufen. Und sie hat bei diesen Telefonaten äußerst vage, ja nebulöse Aussagen gemacht, Dinge, die schwer zu deuten waren. Sie hat aber unter anderem auch gesagt, dass sie bald heimkehren würde. Also etwas, das hier auch im Brief von Tanja genannt wurde. Und bei dem letzten Telefonat hat Frauke auf die Frage, ob sie gegen ihren Willen festgehalten werde, zuerst mit Ja geantwortet, hat das dann aber sofort revidiert und zweimal ganz laut Nein gesagt. Paderborn ist, wenn man sich das auf der Karte anschaut, so knapp 130 Kilometer von Wuppertal entfernt. Es gab damals im Fall Frauke Liebs nach Jahren des Ermittelns zwei Verdächtige, nämlich das Paar Angelika und Wilfried W., auch bekannt als die Bewohner des Horrorhauses von Höxter. Diese beiden hatten über mehrere Jahre hinweg immer wieder Frauen in ihrem Haus festgehalten und gefoltert und dabei auch zwei von diesen Frauen getötet und bei der Hausdurchsuchung wurden erzwungene Abschiedsbriefe gefunden, also Abschiedsbriefe ihrer Opfer. Die Frauen wurden gezwungen, Briefe zu schreiben, in denen sie ihren eigenen Suizid ankündigen. Und man hat daneben auch noch schriftliche Einverständniserklärungen gefunden, Erklärungen, wonach die Opfer damals versichert hätten, die Misshandlungen freiwillig zu erleben. Also eine wirklich perverse Ausübung von Machtfantasien, die hier stattgefunden hat. Und auch bei den Anrufen von Frauke Liebs wirkt es ja so, als wenn der oder die Täter hier womöglich einfach nur Macht und Kontrolle ausüben wollten. Und ganz interessant, Höxter liegt nur so 50 Kilometer von Paderborn entfernt. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zum Fall Tanja Mühlinghaus. Tanja verschwand 1998, acht Jahre vor Frauke Liebs. zu einem Zeitpunkt, als Angelika und Wilfried W. noch gar kein Paar waren. Aber Wilfried W. wurde 1995 zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, weil er eine Frau gemeinsam mit einer Komplizin gefoltert hatte. Und nach seiner Haftentlassung ist er womöglich zu seiner Mutter gezogen. Also es ist davon auszugehen, dass er direkt nach seiner Entlassung erstmal keine eigene Wohnung hatte. Seine Mutter wohnte in Bochum. Da ist Wilfried W. aufgewachsen. Hat übrigens dort auch schwerste Misshandlungen erlebt. Bochum ist nur knapp 30 Kilometer von Wuppertal entfernt. Also dort, wo Tanja 1998 verschwand. Mit anderen Worten, zum Zeitpunkt von Tanjas Verschwinden lebte nur 30 Kilometer entfernt. Ein Mann, der später verurteilt wurde, weil er Frauen folterte und zwang Briefe gegen ihren Willen zu schreiben. Patrick, könnte das hier eine mögliche Verbindung sein? Wenn wir im Spekulativen bleiben, dann könnte es natürlich eine mögliche Verbindung sein, aber ich glaube nicht, um es kurz zu fassen. Ich glaube, klar, es sind gewisse Übereinschneidungen da, aber ich glaube, die Unterschiede sind einfach zu groß. Oder was glaubst du, würdest du mir da widersprechen? Nein, ich stimme dir im Groben zumindest zu. Man muss ja anfügen, dass man das wahre Ausmaß dieses Ehepaares aus Höxter vielleicht gar nicht wirklich kennt, aber zumindest das, was bekannt ist, das Opferprofil in Anführungszeichen, das entspricht eigentlich nicht dem Tanjas. Tanja war ein junges Mädchen aus wohlbehütetem Hause, sozial integriert und wäre natürlich als mögliches Opfer auch eher ungeeignet gewesen für das Ehepaar, weil da natürlich mächtig Staub aufgewirbelt würde. Da habe ich gerade Ehepaar gesagt, in diesem Fall natürlich dann nur Wilfried W. Aber alles reine Spekulation, aber die Parallelen sind natürlich trotzdem interessant, das muss man auf jeden Fall sagen. Genau, gerade auch die geografischen natürlich. Ich glaube, warum ich das auch für weniger glaubwürdig halte, diese Verbindung, ist, dass ich andere Theorien für wahrscheinlicher halte. Sollen wir auch einfach mal direkt in die Theorien gehen und das als Überleitung nutzen oder wolltest du noch etwas zu der Verbindung zwischen Frauke Liebs und dem Horrorhaus von Höxter sagen? Nein, also ich meine, diese mögliche Verbindung ist ja eine erste Theorie. Genau. Ja, eigentlich haben wir ja auch die andere Theorie, die im Raum steht, auch schon teils angesprochen, nämlich ein freiwilliges Verschwinden. Du hattest es erwähnt, Tanja hatte vor allem Probleme mit ihrem Vater, sie wollte in eine betreute Wohngruppe, wollte von zu Hause ausziehen, hat sich eingeengt gefühlt und das alleine wäre schon ein Punkt, warum sie freiwillig verschwinden wollen würde und es gibt natürlich auch ein, zwei Sachen, die in den Briefen stehen, die ebenfalls für ein freiwilliges Verschwinden sprechen, die persönlichen Informationen, die ein möglicher Entführer nicht wissen könnte und dazu kommt, dass die Briefe nur höchst wahrscheinlich diktiert wurden. Tanja hatte eine andere Schrift, ein bisschen blumiger, verschachtelter, aber es heißt ja nicht, dass die geringste Möglichkeit besteht, dass sie die Briefe vielleicht zusammen mit nicht ihrem Entführer, sondern einem neuen Freund geschrieben hat. Denn Tanja ist ja nur einige Wochen vor ihrem Verschwinden auch in eine neue Clique gekommen, von Älteren, wo sie viele neue Leute kennengelernt hat. Wer weiß, ob da nicht eventuell auch jemand bei war, den sie interessant fand, mit dem sie dann auch verschwunden ist. die Möglichkeit besteht und was ebenfalls teils darauf hindeuten würde, ist ein Zitat, das ich jetzt auch vorlesen werde, von der Mutter auf ihrer Homepage, das folgendermaßen lautet, immer wieder frage ich mich, wie es so kommen konnte, die Antwort kannst jedoch nur du mir geben. Das ist mein einziger und sehnlichster Wunsch, von dir alles zu hören, was du durchgemacht hast, was dich bewogen hat wegzugehen, was du mir vorwirfst und ob du mir verzeihen kannst. Ich bin nicht mehr mit Papa verheiratet. Wenn du den Weg nur zu mir finden möchtest, dem steht nichts mehr im Wege. Eines möchte ich dir noch sagen, du brauchst dich für nichts zu schämen und von nichts mehr Angst zu haben. Wenn einer sich schämen muss, dann bin ich es, klar auch wieder aus der Hoffnung, die die Mama hat, dass Tanja noch lebt und wirklich freiwillig verschwunden ist, dass die Probleme, die damals bestanden haben, wirklich tiefgreifend waren und die Möglichkeit des freiwilligen Verschwindens zumindest erhöhen. Oder was glaubst du, Max, wie wahrscheinlich ist ein freiwilliges Verschwinden? Aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich, aber dieser Text, den du gerade vorgelesen hast, den die Mutter ja selber verfasst hat, der liest sich natürlich schon etwas merkwürdig und man muss ja auch ehrlich zugeben, dass der Inhalt schon etwas zum Nachdenken anregt. Es klingt ein bisschen so, als wenn die Mutter sich selber Vorwürfe macht, nicht rechtzeitig erkannt zu haben, was in ihrem hinvorgeht hinvorgeht und auch die Betonung, dass sie mittlerweile alleine leben würde, also nicht mehr mit Papa verheiratet ist, so schreibt sie das ja, führt natürlich schon dazu, dass man denkt, die Spannungen zwischen Tanja und ihrem Vater insbesondere waren weitaus größer. und man muss ja ehrlich sagen und wir wissen natürlich dass auch einige Leute hier genau zu diesem Gedankengang angeregt werden, dass da auch Interpretations Spielraum vorhanden ist, der so groß ist und so weit führt, dass ja vielleicht manche auch davon ausgehen, dass da wirklich äußerst dunkle Dinge vorgefallen sind im Hause Mühlinghaus. Aber an diesen Spekulationen wollen wir uns nicht beteiligen. Ich muss man auch sagen, kann sich nicht mehr an Diskussionen beteiligen und von daher können und wollen wir jetzt auf diesen Umstand nicht weiter eingehen. Aber klar ist zumindest, dass laut diesem Text die Mutter davon ausgeht, dass Tanja noch am Leben sein könnte, vielleicht doch eher hofft, als davon ausgeht. Und natürlich haben wir die Hoffnung auch. Was man noch ganz kurz, ich schaue wieder auf die Uhr, von Tanja, der beträgt eigentlich nur so 200 Meter Luftlinie, also knapp 300 Meter, wenn man das in den Straßen läuft. Ich denke, wir werden bei Instagram auch ein Bild mit anfügen, das diesen Weg zur Bushaltestelle zeigt. Und wenn man sich das anschaut und weiß, es sind nur 300 Meter, es ist im Prinzip bloß die Straße hinunter zur T-Kreuzung, links einbiegen und dann ist da die Bushaltestelle. Es war helllichter Tag. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tanja erstens Opfer eines Zufalls wurde, Opfer eines Zufalls Verbrechens und zweitens der Täter sie nicht kannte, also sie vielleicht in ein Auto gezogen wurde und es niemandem aufgefallen ist. Das sind natürlich zwei große Fragezeichen, die ich hier habe. Ich weiß es nicht. Also was ich mich halt frage, du hast einleitend gesagt, dass sie vermutlich zur Bushaltestelle gegangen ist, das wissen wir ja gar nicht. Das betont ja Mittler ja selber auch, dass sich die Spur im Haus Mühling Haus verliert. Ich habe mir da auch gedacht, rein theoretisch jetzt, wir wissen nicht mal, ob sie vielleicht zu Hause von jemandem überrascht wurde. Vielleicht ein Einbrecher, der dachte, okay, die Autos sind nicht da, das Elternpaar von Tanja ist nicht da, so wirkt diesem Tag anders als sonst erst später Schule hatte und dann ist etwas passiert. Ich meine, da kann man natürlich anfügen, okay, hätten dann Ermittler nicht bei kriminaltechnischen Untersuchungen Spuren gefunden. Klar, das kann man anführen. Aber auch wenn man davon ausgeht, dass Tanja das Haus wirklich verlassen hat, sieht es für mich eher so aus, als wenn sie einen möglichen Täter kannte, dass sie vielleicht zu jemandem in ein Auto gestiegen ist, den sie kannte, der sie nicht irgendwie überwältigen musste, wobei es keine Aufmerksamkeit gab, also keine Schreie, keinen Kampf oder so. So wirkt das auf mich zumindest. Und klar, hier muss man sich fragen, wer käme da in Frage, wen sollte man überprüfen? Du hast gesagt, sie war in einer Tanzschule, sie hatte eine neue Clique, wir wissen wenig über ihr betreutes Wohnen zu erhalten. Das sind im Prinzip mögliche Umfelder, in denen man jemanden vermuten könnte, zu denen Tanja Kontakt hatte, den sie kannte und zu dem sie vielleicht in ein Fahrzeug gestiegen wäre, ohne dazu gezwungen werden zu müssen. Oder was sagst du Patrick? Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich fand auch den Gedankengang, den du im Vorgespräch geäußert hast, dass es eventuell eine Person ist, die ihr leere Versprechungen bezüglich ihrer Musical-Karriere gemacht hat und sie dann mit dem Versprechen nach Düsseldorf gelockt hat, in die Musical-Stadt. Und wenn wir uns erinnern, die Briefe wurden ja auch aus Düsseldorf verschickt, das würde auch so ein bisschen Sinn machen. Ich glaube aber auch, das wahrscheinlichste Szenario bezüglich des Täterprofils ist, dass Tanja die Person kannte, zu der sie ins ist oder mit der sie irgendwo hingefahren ist. Und dementsprechend hat auch diese Person ihr die Briefe diktiert. Denn ich halte, das habe ich gerade eben gar nicht zu Ende geführt, ein freiwilliges Verschwinden auch für unwahrscheinlich, weil was ich eben noch nicht genannt hatte, war ja auch, dass sie nichts dabei hatte, also keinen Ausweis, kein Geld, gar nichts. Und sie hatte ja vorher sogar noch den Anruf bei ihrer Mama gemacht. Warum sollte sie das machen, wenn sie lange freiwillig verschwinden möchte, um den Alltag vorzuschwindeln, um sie in Sicherheit zu wiegen, klingt irgendwie extrem unglaubwürdig. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch diesen Anruf anbringen und sagen, dass selbst wenn sie mit irgendjemandem mitgefahren wäre, dieser Anruf auch keinen Sinn macht. Wobei vielleicht hat sie gedacht, dass sie mit dieser Person die Schule schwänzt und dann trotzdem zu einem gewissen Zeitpunkt wieder die Möglichkeit hat, zurückzukommen und eventuell auch von ihrem Freund an der Schule abgesetzt wird und die Mama so im Glauben gelassen hätte, dass sie zur Schule gegangen ist, obwohl sie nicht bei der Schule war. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich stimme dir dazu, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, dass das deine Theorie ist, aber ich glaube, die Person, die Tanja entführt hat, etwas mit dem Verschwinden von ihr zu tun hat, eine Person ist, die Tanja auf jeden Fall vorher gekannt hat, zu der sie Vertrauen hatte und zu der sie freiwillig eingestiegen ist. Ja, genau das denke ich, also eine Person, die auch werktags, vormittags Zeit hatte und ein Auto zur Verfügung hatte. Denn wenn Tanja nicht in ein Fahrzeug gestiegen wäre an diesem Morgen, dann wäre sie vermutlich irgendwann gesehen worden. Und der mögliche Täter hat vielleicht auch einen persönlichen Bezug zu Düsseldorf, denn dort wurden die Berife eingesteckt. Das ist eigentlich alles, was man an dieser Stelle festhalten kann. Und ihr liebe Leute, ihr könnt uns gerne auf Instagram eure Gedanken zukommen lassen. Was glaubt ihr, ist Tanja Opfer eines Verbrechens geworden? Ist sie vielleicht doch freiwillig verschwunden? Haben wir vielleicht irgendwelche Details ausgelassen, die ihr noch im dann sind wir eigentlich am Ende angelangt, ne Patrick? Würde ich auch sagen. Ich habe den Fall auf jeden Fall ausgiebig behandelt, alles Wichtige genannt. Und ja, wie Max schon sagt, wenn ihr noch irgendwelche Informationen, Verbesserungen oder sowas habt, schreibt uns unter dunkelkammer unter Strich Podcast. Und ansonsten verabschiede ich mich für heute, wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Episode hört. Und ich werde mich jetzt nicht ins Wasser begeben, weil es ein bisschen kalt ist, sondern wahrscheinlich in ein Café und mit dem Kollegen, mit dem ich gleich nachdem du die letzten Worte genannt hast, weil wir immer nach dem Podcast noch miteinander sprechen. Ciao Leute. Ja, vielen Dank Patrick, viel Erfolg gleich beim Backgammon spielen. Und an euch, liebe Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder.